das ist natürlich jetzt fast hier hinlegen da habe ich ja keinen platz kann ich das pinke kabel kann ich das pinke kabel umschwingen kann ich auch nicht da muss ich das dahin machen ich will kanäle dafür hier noch belegen ich möchte mir jetzt das gäbe hier 5000 dann ist es auch 4456 hast du die stück erreicht geht jetzt das licht an hier kommt jetzt hier licht hin okay wenn das so geht hast du die tausendere recht ich muss es ja dann anders formulieren ich muss jetzt mal hier rauskommen ihr seht das ist eine ecke die nur noch komplett voll ist das ist jetzt mal ein bisschen klein gehalten na gut mach ich mal das woanders hin ich mach das woanders hin im e-kabel liegen habe ich kann nicht gucken hier habe ich ja nennen das ist mir ja wundert dass da was drunter ist das kann man doch da hinten verwenden kabel schwund wieder rein damit was war denn hier nochmal die asche stimmt deswegen haben wir so viel kohle das machen wir mal das ist mir bis wo eine decke da ist ne das tun wir in den keller rein die lampe die lampe kommt in den keller also es ist immer gut hier komisch ich glaube der server schminkler habe oder so ok die tür will auch nicht aufgehen ich habe nicht mehr so viele möglichkeiten hier rein zu kommen das ist echt blüht dass es hier am legen ist oder meine leitung gerade am legen ist ich weiß es nicht boah das macht ja gar keinen spaß hier hier geht nicht mal irgendwo boah hallo hallo ich will doch nur hier runter ja magic doors ne wisse was ich mach mal kurz einen cut ziehe ich gerade auf die uhr auf die uhr ja ist ok passt mit der zeit mach mal alles hin mach ich ihm kurz heimkauf neu starten oder funktioniert das jetzt wieder oder auch nicht oder auch nicht irgendwie irgendwie will das hier noch nicht ich habe einen guten ping aber können wir jetzt ich will doch hier nur runter so oder ich will doch noch nicht ich will doch noch nicht ich will doch noch nicht zack er macht es auf jeden fall gut ich hab so oft gespammt glaube ich kann ich mich jetzt bewegen oder so vielleicht darf ich wieder danke die lampe kann ich doch hier machen platz dafür das heißt wenn die lampe leuchtet dann weiß ich muss aufpassen strom beziehungsweise mit der geht bald aus ich habe ich schon das lorium was habe ich denn jetzt komische interne probleme mit komische einbrüche wo ist jetzt das nächste e-kabel was ich anschließen kann da vorne hier was aber schon voll ist was gehen wir ja dann noch 32 kanäle wo ist das an der wand bitte nicht okay das sind diese komischen blöcke warum ist hier ein ach das ist für das ding hier oben aber für die druckplatten das ist für die druckplatten wir können hier so ein wireless ding bauen das war ja auch kein cut mehr machen wir hier auch nicht obwohl wir haben jetzt auch fast eine ganze stunde wireless da fehlt die kugel da fehlt der pin da fehlt das dann macht er ruhig mal keine ahnung ach komm mal stack da haben wir glaube ich eh von dem zeug genug das werde ich glaube ich voll machen aber ich habe keine ich habe kein schiff gedrückt erst mal hier bitteschön ich will die haben da kann man immer welche noch von gebrauchen so wir brauchen welche mit schlüssel machen wir mal machen wir mal zehn stück dann haben wir da auch auch kommen so merci wireless jetzt brauchen wir einen davon nein 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 den dankeschön jetzt muss der sender irgendwo hier angeschlossen werden ich könnte ihn rein theoretisch so kann ich mir schlechtes irgendwo hier anschließen da wir haben neun von zehn belegt hier haben wir jetzt die belegt die können wir noch gebrauchen hier falsch rum natürlich glaube ich das war jetzt nicht so die absicht kann man das dort drehen oder auch nicht jetzt nehmen wir das nur drehen hier aus wenn wir tausend erreicht hast dann sagt es doch bitte kann ich jetzt noch nix hohoh komm schon naja das ding ist extrem ich glaube das liegt an dem an dem teil hier das ist ja gar nicht auszuhalten komm also wir haben den Klobler mit da ran hallo ich glaube das liegt an der animierten Blocks hier schön und gut aber es reicht auch wenn das Ding leuchtet ha gut ich schaue wo wir fahren das ist ne ganze Stunde hier ich mache kurz ein Cut und wir sehen uns gleich sofort wieder wie ich das hier eingestellt habe und das passt auf jeden fall das passt auf jeden fall das passt auf jeden fall